Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Heute mit einem Video, was viel von euch gewünscht wurde. Und zwar, wir suchen Produkte, die wir auf Amazon verkaufen können, aber die wir in Deutschland kaufen können. Direkt beim Großhändler, in kleiner Menge. Und das große Problem dabei, wir müssen Produkte finden, die sich wirklich gut verkaufen, die aber noch nicht viele andere Anbieter haben. Und dafür bekommst du hier die richtige Strategie. Und ich verspreche dir, du wirst verblüfft sein, wie viel Potenzial wir da finden werden. Wenn du solche Videos magst, lass gleich ein Like da, klick den Like-Button und los geht's mit der Produktrecherche. Die Strategie, die ich dir heute zeigen werde, die spielen wir mal an fünf Beispielen durch. Fünf Markenprodukte aus wirklich den verschiedensten Kategorien. Und wir sehen, wie viel Potenzial da auf Amazon ist. Deswegen zeige ich dir zuerst, wie ich eigentlich vorgehe, überhaupt die Marken zu finden. Und im zweiten Schritt zeige ich dir dann die Strategie und zeige dir, wie ich vorgehe, um zu sehen, welche Produkte dieser Marken auf Amazon wirklich Potenzial haben. Und dafür startet unsere Reise auf Amazon selber. Und mit einem Klick auf den Bereich Bestseller. Da sehe ich hier links die verschiedenen Kategorien und dann die Bestseller der Kategorien. Und starten tun wir mal mit den Bestsellern in der Kategorie Baumarkt. So entscheide ich heute, welche Marken ich mir hier vornehme und genau angucke. Ich mache es mir mal einfach. Ich nehme einfach mal die erste Marke. Und das ist hier der Bestseller aktuell in der Kategorie Baumarkt. Und zwar so eine Verbindungsklemme für Stromkabel von der Firma Vargo. Kenne ich jetzt nicht, aber muss ich ja auch nicht. Ich will nur Geld damit verdienen. Und deswegen folgt jetzt Schritt Nummer zwei, indem wir uns anschauen, ob bei dieser Marke Vargo auf Amazon auch Produkte sind, einzelne Produkte, die sich für uns lohnen, im Großhandel einzukaufen. Und dafür nehme ich Helium 10 Blackbox in der Produktsuche. Und da benutze ich nur zwei Filter. Und einmal der wichtigste hier, exakte Markensuche. Da suche ich alle Artikel der Marke Vargo. Wenn ich jetzt hier auf Suchen klicke, sehe ich, ich bekomme schon mal viel zu viele Treffer. Und vor allen Dingen sehe ich jede Menge Artikel, die bereits mehrere Verkäufer anbieten. Das heißt, das zum Beispiel wird von vier Verkäufern angeboten. Das möchte ich möglichst nicht, denn das wollen wir finden. Wir wollen Markenprodukte finden, die wir im Großhandel kriegen können, die möglichst guten Umsatz machen auf Amazon, aber von möglichst wenig Verkäufern angeboten werden. Deswegen setze ich jetzt den zweiten Filter. Und das ist hier im Bereich Wettbewerber. Anzahl der Verkäufer Maximum. Ich setze mal auf zwei. Du kannst natürlich auch auf eins setzen. Aber ich denke mal, zwei Konkurrenten wären immer noch wenig. Und das habe ich jetzt gemacht. Und da sehe ich, dass auf Amazon von dieser Marke 328 Artikel verfügbar sind, die von zwei oder weniger Händlern angeboten werden. Und jetzt sehe ich hier in der Spalte monatlicher Umsatz. Das geht hier sehr weit auseinander von praktisch 0 bis auf 10.000. Mich interessiert natürlich ein Produkt, was möglichst viel Umsatz macht. Und das jetzt natürlich dir überlassen. Im Bereich Großhandel ist es natürlich sehr einfach, von einem Großhändler von dieser Marke vielleicht 10, 50, 100 verschiedene Produkte einzukaufen, weil du kannst ja kleine Mengen einkaufen. Deswegen könnte es für uns auch okay sein, einen Artikel anzubieten, der vielleicht nur 500 Euro Umsatz macht, weil wir vielleicht 10, 50, 100 verschiedene Artikel davon auf Amazon listen. Und das ist jetzt der dritte Filter, den ich hinzufüge. Im Bereich Absatz unter monatlicher Umsatz mindestens 500. Und damit haben wir die Marke gefiltert. Wir haben die Verkäuferzahl gefiltert auf maximal 2 und den monatlichen Umsatz auf mindestens 500 Euro, was der Artikel auf Amazon Umsatz machen soll. Und da sehen wir, wir sind runter auf 35 Artikel, die für uns in Frage kommen. Und da sehe ich hier dieses Sortiment, was 10.000 Euro im Monat Umsatz macht und nur von einem Verkäufer angeboten wird. Oder hier, nur ein Verkäufer, aber 19.000 Euro Umsatz im Monat. Wahnsinn. Und so geht es jetzt hier in der Liste weiter. Jede Menge große Zahl, sogar eine halbe Million Umsatz. Wahnsinn. Also der erste Versuch war schon mal sehr, sehr interessant. Probieren wir das Gleiche deswegen auch in einer anderen Nische aus. Und dafür bin ich im Bereich Bestseller gegangen, in dem Bereich Beauty und habe mir jetzt die erste große Marke ausgewählt, die mir was sagt. Revlon, hier so eine Elektro-Haarbürste, keine Ahnung, was es genau macht, ein Haartrockner. Und damit bin ich vorgegangen, wie gerade. Ich habe die Markensuche begrenzt auf Revlon, maximale Anzahl der Verkäufer auf 2 gesetzt und schaue hier mal, was ich finde. 307 Artikel, auch das würde ich jetzt runterfiltern und nach dem Umsatz den ein bisschen begrenzen. Auch hier sage ich mal mindestens 500 Euro im Monat Umsatz. Und damit werden mir jetzt nur noch 9 Artikel angezeigt, die in Frage kommen. Und das sind hauptsächlich Lippenstifte, wie ich sehe. Das wäre jetzt einfach der Teil, wo die Sucharbeit für dich startet, Marken zu finden, die viele begehrenswerte Produkte auf Amazon haben, aber von möglichst wenig Händlern angeboten werden. Und ich picke mir hier wirklich ein paar heiße Marken raus. Auf die kommen natürlich auch sehr, sehr viele andere Händler zuerst. Zum Schluss des Videos zeige ich dir aber auch nochmal eine Idee, wie du wirklich Marken findest, die vielleicht nicht so in aller Leute Köpfe sind und deswegen noch mehr Potenzial haben. Die nächste Kategorie, die ich ausgewählt habe, ist Kategorie Garten. Auch hier suche ich mir mal eine Marke, die mir was sagt. Da fällt mir auf, es gibt hier jede Menge Thermometer unter den Bestsellern. Scheint echt ein sehr, sehr heißes Produkt gerade zu sein. Und damit ist die erste Marke, die mir wirklich ins Auge sticht, einhell. Die machen diese Werkzeuge. Und damit habe ich Blackbox auch mal gefüttert. Und ich bekomme auch hier mit den zwei Filtern schon wieder viel zu viele Artikel angezeigt. Auch da muss ich sicher mal den Umsatz bearbeiten. Aber sagen wir hier mal ruhig, statt 500 Euro Umsatz im Monat, sagen wir mal mindestens 2500 Euro Umsatz im Monat, was der Artikel mindestens machen soll. Und auch dann habe ich immer noch 438 Produkte, die genau darauf zutreffen. Wir sehen hier, einhell wird hier direkt von Amazon verkauft, aber auch von anderen Händlern, wie zum Beispiel Havo Marken Sonderposten, SVH Handels GmbH und wie sie alle heißen. Und die Umsätze sind alle 4- bis 5-stellig. Die Leute kaufen gerne einhell Werkzeug, wie es aussieht. Und für die Händler, die sowas anbieten, lässt sich da sehr, sehr gut Geld verdienen. Kommen wir zur nächsten Nische. Und zwar zum Bestseller im Bereich Haustier. Da war auf der ersten Seite aber eigentlich nur Hunde- und Katzenfutter. Und deswegen habe ich nochmal einen tiefer geklickt in die Kategorie Pferde. Damit kenne ich mich absolut nicht aus. Und beim Runterscrollen habe ich jetzt hier diesen Artikel gesehen. Der sieht aus wie ein Markenprodukt, weil dort steht als erstes im Titel nach dem Markennamen eine Nummer. Und das ist typisch für große Marken, die vielleicht einfach ihren kompletten Katalog nach Amazon kopieren. Oder Einzelhändler, die mit einem Tool ihren kompletten Lagerbestand raufladen. Das sind meistens Listings, bei denen wird sich sehr wenig Mühe gemacht. Und sowas ist eigentlich gerade gut zu finden. Händler, die sich dann vielleicht auch nicht stören, wenn du sie im Preis ein bisschen unterbietest und die Buybox stielst. Auch hier in der Markensuche nach HKM habe ich über 500 Treffer gefunden. Und deswegen wollen wir auch hier den Umsatz mal ein bisschen einschränken auf mindestens 500 Euro im Monat. Und damit sehen wir immer noch 335 Artikel, die in Frage kommen. Also wer hier einen Großhändler findet für Reitbedarf und da wirklich direkt mal durchgeht. Idealerweise vielleicht zuerst nach den Produkten, die wirklich viel Umsatz machen. Der kann hier die ein oder andere Buybox stehlen in den Listings und selber den Umsatz mitnehmen. Ziemlich cool. 5 Kategorien hatte ich vorgenommen, hier mal beispielsweise zu zeigen. Und damit kommen wir zur Nummer 5. Und das ist in den Bestsellern der Bereich Sport sicherlich auch super beliebt. Und da gucke ich mal nach dem ersten wirklichen Markenprodukt, was mir ins Auge sticht. Und das sind hier diese Adiletten, die Adidas Badeschlappen. Sehr, sehr beliebtes Produkt. Und deswegen habe ich ja auch hier die Markensuche auf Adidas begrenzt. Den monatlichen Umsatz würde ich sagen mal mindestens 2500 Euro. Adidas ist eine sehr, sehr große Marke. Die haben sicher sehr viel gut laufende Produkte auf Amazon. Und ich sehe, selbst dann bekomme ich immer noch 500 Artikel angezeigt. Und du siehst es selber hier. Dieser Wanderschuh, der macht 4000 Euro Umsatz im Monat, wird nur von einem Händler angeboten. Dieser Sportschuh macht 15.700 Euro Umsatz im Monat und wird auch nur von einem Händler angeboten. Die Adidas Socken 38.000 Euro Umsatz im Monat wird auch nur von einem Händler angeboten. An der Stelle würde jetzt die Recherchearbeiten nach Großhändlern starten, zum Beispiel im Google. Oder du nimmst eine große Plattform für Händler wie zum Beispiel Centrada, wo du auch jede Menge Sonderposten finden kannst. Wir sind jetzt hier wirklich auf die erstbesten Markenideen gegangen in den Bestsellern. Idealerweise suchst du aber Marken, die nicht so nah auf der Hand liegen, wie zum Beispiel Adidas. Vielleicht ein paar Marken, wo du auch weißt, dass in zwei, drei Wochen da kein anderer Händler drauf kommt, weil die nicht so heiß sind. Und ich schaue zum Beispiel auf YouTube gerne Auto-Videos von YouTubern aus Amerika. Und ich habe gesehen, die haben alle anderes Werkzeug als wir hier in Deutschland. Die eigene Marken dort, die wir hier nicht wirklich kennen, die gibt es aber auch auf Amazon. Und so sehe ich hier zum Beispiel Werkzeug von DeWalt. Habe ich noch nie gesehen, dass es überhaupt in Deutschland gibt, aber gibt es hier. Oder zum Beispiel Milwaukee ist super beliebt in Amerika, kennen die meisten wahrscheinlich in Deutschland nicht als Marke. Und so gibt es vielleicht auch Bereiche, wo du ein bisschen mehr Ahnung hast, die andere Leute nicht auskennen. Und da würde ich mal ein bisschen kramen, was sind vielleicht Marken, die super gehandelt werden auf Amazon, aber nicht so populär sind, dass jeder andere Händler drauf kommt. In dem Video heute haben wir Helium 10 Software benutzt und spezielles Tool Blackbox. Ist aber eins von 30, das du bekommst, wenn du Helium 10 Kunde wirst und alles für deinen Händleralltag dann hast. Link ist hier auch unter dem Video, falls du dir noch holen willst. Und dann bekommst du auch einen Rabattcode, um nochmal kräftig zu sparen. Markus 6M20, um sechs Monate lang 20% im Monat zu sparen. Oder Markus 10, um lebenslang 10% zu sparen. Und da ich regelmäßig gefragt werde, ja, einen Amazon Kurs habe ich auch, kommt mit meiner persönlichen Beratung. Auch den Link findest du in der Videobeschreibung. Hey, ich hoffe, du fandst das Video heute interessant. Wenn du noch ohne Abo schaust, ist jetzt der beste Moment. Klick auf Abonnieren, auf das Glockensymbol daneben. Und zum Schluss lese ich immer noch einen von euren Kommentaren vor. Der kommt heute von Joni und der sagt, danke für deine Tipps und Tricks. Hey, bitte, gern geschehen. Viel Erfolg dir beim Anwenden. Und danke für eure Kommentare unter den Videos. Habt eine großartige Woche. Ciao, ciao.